Haben Sie einen vollen Arbeitstag, der Sie ständig unter Druck setzt? Würden Sie am liebsten statt der Arbeit Pokémon auf dem Gameboy spielen? Und reicht Ihnen Ihr täglicher Schlaf nicht aus? Das muss jetzt nicht mehr sein, denn jetzt gibt es Krank aus dem Hause Farm Ratio. Krank hilft Ihnen auf schnellstem Wege, den gesunden Körper mit Bakterien zu überhäufen und Sie somit außer Gefecht zu setzen. Außerdem erhöht es die Wahrscheinlichkeit, mehr Früchtetee zu bekommen. Mit Krank haben wir uns diesmal wirklich selber übertroffen. Ich meine, entwickelt wurde das Ganze von einem blinden Gorilla auf LSD unter wirklich unhygienischen Bedingungen. Ich meine, das ist zwar total krank, aber das ist doch genau das, was wir wollen. Hergestellt werden unsere Erreger unter höchst unhygienischen Bedingungen in einem Privatlabor in Hachi. Besonders stolz sind wir auch auf die Resistenz von Krank. Durch die sogenannten Chirota-Krankheitsbakterien sind sie praktisch unheilbar. Da hilft Ihnen nicht mehr ein Riesenaktimel. Benutzen Sie Krank in sämtlichen Alltagssituationen. Sagen Sie bei Ihrem Chef ab. Sie, Chef, ich kann heute leider nicht zur Arbeit kommen. Tut mir leid, ich bin total erkältet. Sagen Sie den Unterricht ab. Ja, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ich bin total krank. Kann die Matzearbeit heute leider nicht mitschreiben. Tut mir leid. Oder drücken Sie sich vor lästigen Haushaltsarbeiten. Du Mama, ich bleib heute im Bett liegen. Ich räum morgen mein Zimmer auf. Eingenommen wird unser bisher krankstes Superprodukt durch simples Essen des von uns zugeschickten benutzten Taschentuchs. Oder durch die für alle Reisefreunde speziell entwickelte Antarktistour. Reisekosten nicht inklusive. Tausende Menschen weltweit wurden schon infiziert und sind schlichtweg begeistert von krank. Also ja, ich kann mich nicht beklagen. Ich benutze jetzt krank schon seit einigen Monaten und ich muss nicht mehr zur Arbeit. Ich habe keine wichtigen Termine mehr. Ich habe genügend Schlaf vor allem. Und das Beste daran ist, genügend Früchtetee. Jetzt können Sie endlich den ganzen Tag im Bett liegen bleiben, ohne sich irgendwelche Sorgen zu machen. Bis auf Ihre Gesundheit. Aber die zählt ja eh am wenigsten. Natürlich wollen wir unseren Kunden auch den bestmöglichsten Service bieten. Damit das erreicht werden kann, sollte man unbedingt die wahren Hinweise auf der Rückseite der Verpackung beachten. Halten Sie sich einfach von Tabletten, Heilsäften und Krankenhäusern fern. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie weder Ihren Arzt noch Ihren Apotheker, sondern sagen einfach, wird schon. Holen auch Sie sich krank zu Ihnen nach Hause und genießen Sie Ihre neue Freizeit. Egal ob krank als einfache Erkältung, schwer krank mit einer starken Lungenentzündung oder sterbenskrank mit multiplem Organversagen. Rufen Sie noch heute an und bestellen Sie krank zum einmaligen Preis von nur 49,99 Euro. Sie wissen nicht unter welcher Nummer? Na, die nun... Na, die nun... Als... 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 So, das war mein Video zum Superprodukt krank. Und jetzt würde ich von euch gerne wissen, in welchen Situationen würdet ihr krank verwenden. Auf der Arbeit, in der Schule oder bei Freunden. Und wenn ihr mal wirklich krank seid, bleibt ihr dann schön brav im Bett liegen und trinkt euren Tee. Oder macht vielleicht doch das ein oder andere Ding, was ihr besser nicht tun solltet, ihr aber trotzdem Lust drauf habt. Schreibt es in die Kommentare. Für weitere Superprodukte klickt einfach hier, um das letzte zu sehen. Oder wenn ihr wissen wollt, wie ich über den Hunger in Afrika denke und über die Leute, die hier einfach Sachen wegwerfen und unsere Arme von Mars legen, klickt einfach hier. Und für weitere Informationen besucht meine Facebook-Fanpage, meine Twitter-Fage oder meine Webseite Christis.de. Alle Links nochmal in der Beschreibung einfach mal draufklicken und dann sieht man sich im nächsten Video.